Jetzt muss ich mal eine Ansage auf den Mund abmachen. Grüß Sie bei der Elli, der digitalen Dorfratschen. Die kennt euch, die weiß alles. Die begleitet euch durch den Urlaub. Wenn ihr euch irgendwas wisst, oder was wissen wollt, dann schaut sie vorbei und sagt es, es ist der Elli, der digitalen Dorfratschen. Es ist fast schon so ein wenig modern, die Elli, die digitale Dorfratschen. Also schaut rein, viel Spaß damit bei der Elli, der digitalen Dorfratschen. Servus.